in diesem video zeige ich dir neun wichtige wörter mit doppel a das haar die haare das aß davon gibt es kein plural das ist ein totes tier der saal die säle das paar die paare die waage die wagen damit werden gewichte abgemessen die saat die saaten hier wird pflanzen gemüse getreide angesäht und paar klein geschrieben das ist ein zahlwort oder ein pronomen lerne diese wörter einfach auswendig das wird dir bei deiner rechtschreibung immer helfen viel spaß beim lernen bis zum nächsten Mal abone ol